Der Strommarkt ist ähnlich wie der Gasmarkt aus den Fugen geraten. Auch hier schießen die Preise in die Höhe. Dazu begrüße ich jetzt Michael Bloss von den Grünen, Abgeordneter im EU-Parlament und Mitglied des Energieausschusses. Herr Bloss, warum kann man eigentlich da nicht jetzt ganz kurzfristig eingreifen, um diese Strompreise beispielsweise zu deckeln, dass das nicht passiert, was wir auf dem Gasmarkt erleben, nämlich Preissteigerungen in exorbitanter Höhe? Guten Morgen aus Brüssel. Der Strommarkt und die Gaspreise, die hängen natürlich zusammen, weil wir mit Gas Strom produzieren. Und von daher ist vieles möglich. Man könnte auch direkt jetzt eingreifen und quasi die Preise festlegen. Aber es ist natürlich auch extrem teuer und das jetzige Strommarktdesign, das funktioniert bisher gar nicht so schlecht. Von daher muss man vielleicht in eine andere Richtung denken. Wir müssen gemeinsam als Europäische Union auf dem Weltmarkt das Gas gemeinsam einkaufen. Bisher kauft jeder alleine und treibt somit die Preise in die Höhe. Und davon müssen wir wegkommen. Wenn Europa als Ganzes zusammenarbeitet, dann sind wir stark und können auch die Preise nach unten bringen. In anderen Teilen der Welt, wie zum Beispiel in Asien, sind sie auch weiter unten. Gut, wenn Sie Asien ansprechen, liegt das möglicherweise auch an Vergünstigungen durch beispielsweise durch Russland. Aber ich würde jetzt gerne nochmal an der Koppelung mit Ihnen arbeiten. Der Koppelung von Gas- und Strompreisen. Es ist ja so, der Strompreis richtet sich danach, wie teuer ist das Kraftwerk, das am teuersten ist, das am Netz ist. Um das mal so kurz zu erklären, das sogenannte Merit-Order-System beispielsweise. Da müsste man doch eigentlich diese Koppelung sehr schnell einfach mal auflösen. Das ging ja mal darum, die erneuerbaren Energien zu fördern. Aber die sind ja schon längst gefördert und verdienen jetzt ein immenses Geld. Ja, aber dieses Merit-Order-System, das ist nicht jetzt spezifisch für den Strommarkt. Das ist einfach ganz normal in der Marktwirtschaft. Wenn Sie ein Produkt anbieten, dann wollen Sie natürlich als Verkäufer immer den höchsten Preis erzielen. Und der höchste Preis ist derjenige eben dessen, der es am teuersten anbieten muss. Von daher machen die Erneuerbaren jetzt Gewinne. Aber es ist eben gar nicht so einfach, das jetzt zu trennen und dann den Erneuerbaren oder auch anderen zu sagen, ihr müsst jetzt günstiger anbieten. Dann müsste man eben sozusagen diese Idee des Marktes komplett auflösen und die Preise staatlich diktieren. Und dann ist die Frage, wer bezahlt eigentlich dann die Differenz zwischen den diktierten Preisen und dem, was es dann wirklich auf dem Weltmarkt kostet. Ihr Parteikollege, Bundeswirtschaftsminister Habeck, hat jetzt mal eine Übergewinnsteuer mit ins Gespräch gebracht für erneuerbare Energien, weil die sind ja auch sozusagen die Gewinner dieser enorm hohen Energiepreise. Wäre das eine Idee, mit der Sie sich auch anfreunden könnten? Also die Übergewinnsteuer ist bestimmt die richtige Lösung. Wir sehen auch, wenn wir nach Europa schauen, dass sie in ganz vielen Ländern schon angewandt wird. Aber ich würde eher die erneuerbaren Energien ausschließen. Denn viele der Übergewinne, die fallen nicht bei den Erneuerbaren an, die fallen bei den Fossilen an. Griechenland hat das so gemacht. Und von daher geht es, glaube ich, es ist besser, als jetzt den Preis zu deckeln, ist zu sagen, wir machen eine Übergewinnsteuer für die Fossilen und verteilen das dann gezielt an die ärmeren Haushalte, die entlastet werden müssen. Und so würde man das hinbekommen, dass das, woran es nämlich eigentlich liegt, dass wir zu wenig Erneuerbare haben, dass das nicht ausgebremst wird, sondern die riesengroßen Übergewinne, gerade der Fossilen, die sind obszön und die müssen abgeschöpft werden und an die ärmeren verteilt werden. Dass es eine Schieflage an den Energiemärkten gibt, auch möglicherweise am Strommarkt. Das hat beispielsweise die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen schon im Februar festgestellt oder Anfang März. Warum ist in der Zwischenzeit eigentlich nichts passiert? Warum kommt nicht mehr Druck beispielsweise auch vom Parlament? Also das Parlament macht Druck. Und wir haben schon immer gesagt, es muss jetzt wirklich darum gehen, dass wir viel schneller in Sofortprogramme kommen, in die Energieeffizienz, in die Dämmung. Es geht ja wirklich darum, am besten den Verbrauch von Strom und Vergas zu senken. Jetzt hat Frau von der Leyen angekündigt, dass sie an das Strommarktdesign rangehen will. Aber es liegen noch keine konkreten Vorschläge auf dem Tisch und das liegt daran, dass das nicht so einfach ist. Wir diskutieren das hier seit letztem Herbst auf europäischer Ebene. Und bisher ist niemand mit einem richtig guten Vorschlag vorbeigekommen, wo man sagt, ja, das können wir so implementieren und das funktioniert. Von daher rate ich jetzt auch davon ab, Schnellschüsse zu machen und dann den kompletten Markt zu verändern. Sondern wir müssen uns darauf konzentrieren, woran es eigentlich liegt. Auf der einen Seite, dass wir als Europäische Union zusammenhalten, gemeinsam einkaufen. Und auf der anderen Seite, dass diese riesengroßen Übergewinne endlich besteuert werden und umverteilt werden. Sie haben gerade eben sehr schön beschrieben, der europäische Markt muss zusammenhalten. Momentan hat Frankreich ja ein Riesenstromproblem. Das ist auch möglicherweise einer der Preistreiber. Da sind nämlich mehr als die Hälfte der Reaktoren vom Netz aus Wartungsarbeiten, aber auch aufgrund von technischen Problemen. Jetzt wird ja in Deutschland schon seit Monaten darüber gestritten, ob man die drei verbleibenden Meiler, ob man die nicht einfach noch ein bisschen länger laufen lassen könnte. Im Sinne dessen, was Sie gesagt haben, Einheit in Europa, der eine hilft dem anderen. Ist das doch eigentlich auch für einen Grünen eine Selbstverständlichkeit, dass die drei Atommeiler in Deutschland noch ein bisschen länger laufen? Also für einen Grünen ist es auf gar keinen Fall eine Selbstverständlichkeit. Den Atomausstieg, der muss kommen. Da haben wir jetzt Jahre für gekämpft. Aber Sie sagen es ja selber, also in Frankreich fallen die Atomkraftwerke aus wegen der Klimakrise. Die sind dort an Flüssen gebaut und da ist kein Wasser mehr drin. Und dann können sie nicht mehr kühlen. Also von daher ist es ganz klar, wir müssen jetzt in die Erneuerbaren reinkommen. Und das einzige wirkliche Problem, das haben wir in Bayern, das ist, weil die CSU es jahrelang verschlafen hat, den Netzausbau zu beschleunigen, dass sie die Leitungen nicht haben von dem Norden, wo die Windkraft herkommt, nach Bayern. Und weil sie verhindern, dass in Bayern selbst die Windkraft gebaut wird. Also von daher ist es dort wirklich ein politisch hausgemachtes Problem der CSU, dass wir jetzt darum bangen, ob es genügend Strom im Winter in Bayern gibt. Das sind Einschätzungen von Michael Bloss, Grünenabgeordneter im EU-Parlament. Herzlichen Dank für dieses Gespräch heute im Vormittag. Ich danke Ihnen.